Prozent aber nicht selbst so cool und gehen was aber studiert er ist so toll er ist so toll bei der Schweinbrunnen die Schmutzung fach das Fleisch das ist lehran zu spacken ich habe noch ein halbes Herzmann Sagen sie alle. Alter, fick dich. Ich bin fast tot, ey. Weee. Scheiße. Nee, ich baue jetzt einen Itemort. Nice. Und es geht. Oh, schon wieder. Ah, Treffer. Oh, Zombie. Ah, Treffer. Batschoke, Pam. Pam, Pam, Pam. Oha. Oha. Hast du mein Minecraft eingesammelt? Ja. Spacken. Alter, wo ist denn das Haus? Hause. Was? Dann mit tapieren. Was? Tapieren. Nee. Wieso denn? Ich weiß nicht. Ich habe kein Glas. doch hier wir lernen hier hinten ist das Glas nicht in dem Ofen dann hat es auch nein jetzt nicht hier ist er noch keine Lust oder musst du jetzt aufhören unbedingt ja es wird so sie musste wird aufhören in der Eltern sagt haben zu aufhören ja gut warte gleich ich in der unendlich machen zu haben nein es ist scheiße wenn es nur an den Niedsrichter mit dem Auflärm das war eine Frage wir nehmen jetzt noch ein bisschen Auflärm war eine Frage sag ich das machst du bei der Menschheit jetzt noch mit mehr machen immer nicht siehst du er hat mich nicht aufhören und aber jetzt kommt gut dann würde ich sagen eigentlich ja kann sich mal bauen doch ihr müsst es wirklich offen naja wird so wirklich richtig was so ganz richtig ja so ganz wirklich richtig so wirklich ganz wirklich richtig so wirklich wirklich extrem ganz wirklich richtig gut dann würde ich sagen wir sehen uns in der nächsten aufhören wieder sagt tschüss leute ab viel spaß tschüss so und hiermit haben jetzt kommt zurück bei let's play my craft together mit dem lehrer und dem elias und mir dem kieler ich habe jetzt connected textures drin das sind die gläser jetzt so und auch optifine 1.3 ja leon jetzt unsere endertest ja jetzt du wirst du wirst meine koordinaten wissen ich kann dir auch deine geben glaube ich ich habe die noch aufgeschrieben x303 und z-32 sind deine koordinaten also wenn da die Schiller sind dann sind die Hühnchen so wo war ich denn gerade dabei ich weiß gerade gar nicht ah ja betagrass habe ich jetzt übrigens auch drin und ich weiß gerade gar nicht was ich gerade machen wollte sagen es ist ein stückte kannst du mir glas bringen die ja wusste doch selber ich bin wir müssen die welche dann auch irgendwann noch mal wieder eben so gerade machen gerade machen und so weil es sieht voll scheiße aus oh und vor allem sind hier so komische kann mir einer glas bringen jetzt halte ich an ich habe mich mit hunden eingelegt oh meine das ist schlecht jetzt bist du hundearm alter wie weit geht denn das hier hoch bitte heute mal kurz schlafen gehen und ich gehe kurz raus das heißt mit dem fliegt hier wieder mit dem Grund bei dir was was man mx303 z-32 erhalte er kann doch einer mal kurz glas oder mp d er hat ich bin 0 lehran was für deine geheimen fest bei er genau war es denn zwar mehr geimpft er wird nicht alles umgehen und ich noch sie nicht wissen da können ich nicht rausnehmen ausnehmen Echt hast du da was er hat nur die Kammer abbauen jetzt die Kammer abbauen alt doch nicht aus Herr Elias, hast du gerade 100 Euro parat? Kannst du nur das Mikro kochen? Was? Kannst du nur das Mikro kochen? Sachs-Millian Ja, Leon, hast du gerade 100 Euro parat? Ja, immer so schnell Kannst du das Mikro kochen? Ja, mach ich auch Ähm, Leon kaufst du dir? Wenn du mir ein bisschen Glas schmelzt Leon, ich kann dir ein Ding, ich kann dir einen Link schicken von einem guten Mikro Ja, einmal kann man, kann man stacken, oder? Ja, es ist jetzt endlich, gell? Oh ja Hat jemand ein paar Schilder parat? Ja Man muss das Holz parat Ja Kann er welches geben, ich habe das Alter Hab ich was zu essen, ich brauch das Ganz mal kurz schauen, wie viel Glas wir noch brauchen für den I-Tomat Nee Ich kann die höchstens Holz geben, hier Ach, er übrigens mal sieht, um es geht nicht, weil Minecraft net gehackt wurde irgendwie, und hat uns der Fritz vorhin gesagt, wir haben auch gerade schon Adventure Milk aufgenommen Genau, nur falls es euch interessiert Warum wir dies nicht haben Also warum ich dies nicht habe Ja, ich habe zurückgefunden Dank der Koordinaten Ja, der ist ohne mich, hättest du es nie geschafft Also ich wollte was zu essen Hätt vielleicht ein bisschen länger gebraucht Scheiße, ich hab mich zu essen Mann, ey, ich hab mich zu essen Mann ey, ich hab mich zu essen Alter wird mein Haus hier kaputt gemacht Achso, also Echt, würde dein Haus zerstört Leeren wir mal zum Kürbis an Scheiße, ich weiß ja nicht, welche Tiere wir haben Ah ja, genau, ich wollte ja gerade die Ja, Eier, äh, Schilder, komm mal aus Eier, äh, Schilder Er könnte mir Bücher geben, ganz ehrlich, weil das ist sehr wichtig Ich glaube, ich habe, wir haben keine Bücher Machenbücher Leute, man kann ja Schilder, Maxim mal 2, äh, 16 Ja Der voll öde machen Ne, das ist besser als 1, oder? Naja Du bist zu schlau Kann ich dich töten? Spinne? Kannst mir Damage geben? Ne Dann ist es in Ordnung So, ich brauchte einen Minecraft und dann essen Scheiße Ja, haben wir was zu essen irgendwo rumflacken Ja, Mann, ich hab was in meinem Ingrid Charles willst es haben Ja Ich hab aber nicht War klar Das dann muss ich es mir jetzt auch beraten Soll der Brett irgendwas? Ja, du bist doch nicht dein Geraden Eier, äh, kannst du mir Glas mitbringen? Kannst du mir Glas mitbringen? Kannst du mir das zu essen geben? Ja Ja Kilian Okay, dann riech Danke bei euch in Charn, ne Ja, kannst du Töt ihn davor Ja Habe ich vor Ich komme Ilja, ich komme Steck dein EP nicht in das Schwert Gibst du mir Nein, schwarz Lea? Woher wohl die ganze Lea, Mann? Ne, gib mir Essen Ja, wie viel brauchst du? Ja, soviel dass ich, äh, halt Gib mir einfach ein bisschen essen, hier bin ich Ach so, ist der hier, Lea, wo bist du? Was? Wo? Ach da Hast du's Glas dabei? Ja Gib mir Essen, dann kriegst du Glas Tu den Labascheiß wegleeren Ja Ich lass jetzt essen Der ist unten im Kellermann Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Dankeschön 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 Komm, es reicht Du hast mich fällt Dafür, bis ich hab ne Alter, weil mir jetzt immer noch eins geht Er, Wasser Wo? Ja, mit alles Enchantet Du hast dich her